Moin moin Leute, willkommen zurück zu Battlefield 3. Wir spielen immer noch Gun Master und Rage'n weiter und kriegen auf die Fresse und drehen voll am Rad. Ich gehörte noch mal zum Schwier'n, zum Schwier'n. Naja, das hab' ich schon eingeholt. Gemästert hab' ich dich. Ich will hier mal'n Gun Master kriegen, ey. Alter Finger, ey. Guckst du noch nicht ganz um die Ecke und hast sofort welche reingedrückt, so. Ah, nein, den hab' ich nicht gesehen, weil er zwischen den Leichen lag. Durch die Haltung. Ich hasse diese 93er R-Kack-Drecksknarre. Ja, klau' mir den Killer auch noch. Oh Mann! Fall doch tot um, ey! Wie viel muss ich dir denn noch in deine Scheiß-Rübe ballern, Alter? Das kann doch einfach nicht sein, dass man keinen trifft mit dieser bepissten Hurenwaffe. Ab jetzt hasse ich die auch. Die 93R. Nein, die Magnum. Wieso direkt aneinander vorbeilaufen? Weißt du? Die Kack-Waffe. Verpasst deine Mama gleich noch, dieses Arschloch. Meine Fresse. Laber mich nicht dicht von der Seite. Komm mal, Alter! Du musst dich erschließen! Alter, was?! Zwei Prozent! Zwei Prozent! Alter, ich schmeiß hier gleich mit Aids-infizierten Rhesus-Affen um mich, Alter. Mit Trevi mehr. Wenn die in 20 Jahren kaputt gehen, ey. Guck dir das an, Alter! Wieder zwei Prozent! Ihr wollt mich doch verarschen! Kann ich nicht während ich tot umfallen und Kiesel nach den werfen, dann fallen die doch tot um, ey. Nein! Alter! Ja, da ist schon wieder einer bei der MTA-21. Wie machen die das denn? Das funktioniert doch vorne und hinten nicht. Gibt's keine Hardcore-Gun-Master-Server? Ah ja, von links, von rechts, von oben! Oh mein Gott, wie sinnig mein Gangbang! Ja doch, die Kinder bestimmt nur von zu Hause so, weißt du? Deswegen machen sie das nicht. Ja, Hilfe durch Niederhaltung! Ja, super! Ich bin stolz auf dich, mich! Ahn! Pferde. Wutze! 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 Ja! Endlich hab ich die Magnum! Das kann doch einfach nicht wahr sein. Alter, was war das denn? Zwei Schüsse direkt hintereinander, ey. Bei dem ein Schuss gibt es kein Geräusch. Bei dem ein Schuss gibt es kein Geräusch. Alter, was ist denn um die Ecke kommt? Das kann doch nicht alles. Ich rotz euch eure Mitte um mich. Ah! Oh, ich raste nicht aus. Ich dachte, du wärst schon am ausrasten. Da kommt noch... Ich bin kurz vorn heulen. Ja, da ist er. Nein, hinter mir! Ich bin auch kurz vorn heulen. Ey, boah, das gibt es gar nicht. Gleich weine ich. Ich bin kurz davor. Wie so ein kleines Kind, Alter. Wie so ein kleines Dreijähriger, der sich die Rübe gestoßen hat. Ja. Was, was... Du haste gewinnt. Ich bin gefreut dafür. Was, was? Alter, da sind schon wieder... Die cheaten doch! Kein Mensch kann so gut treffen hier in diesem fucking Chaos, ja gut, Alter. Da muss man aber dann auch sagen, die kämpfen ja auch alle hier, die meisten. Multikill! Nein, da ist noch einer! Wo? Was? Ja, der ist schon tot. Nein, hinter mir. Da. Nein, nein, was? Warum brauchst du denn zum Nachleihen? Alter. Das ist so Chaos hier, ey. Ich komm mir voll hier drauf klar. Ich glaub, ich muss mir hier bei... Au! Ich glaub, ich muss mir hier irgendwie... Ich muss mir auf Gunmaster, glaub ich, erstmal einen puffen oder so, ey, weißt du? Damit ich alles langsamer wahrnehme. Ja, genau. Wenn die Spieler auch langsamer, ne? Ja. Ja, ja, wir hinderten. Natürlich. Nein, ich nehme keine Droh. Nicht mehr. Ja, das kann doch nicht. Der ist schon wieder vorne bei ihm. Alter, wie lange war die Runde jetzt? Fünf Minuten? Das kann doch nicht wahr sein. Wie? 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 Avenger Dude. Wie, 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 wie? Mein Monster ist leer. Scheiße! Kann ich... Wie? Nee. Wie? Fünf, nix. Das ist der Penner, der unten immer gecampt hat. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Battlefuel 3. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge.